Der Start der amerikanischen Raumfähre Discovery ist heute zum zweiten Mal verschoben worden. 40 Minuten vor dem Abheben fiel einer der fünf Bordcomputer aus. Die fünf Besatzungsmitglieder sollen drei Nachrichtensatelliten im All aussetzen und einen bereits kreisenden, aber defekten Satelliten wieder reparieren. Gestern hatte ein Gewitterregen den Start verhindert. Jetzt soll am Dienstag ein neuer Versuch unternommen werden. Die Familie des Kommandanten Ingle durfte sich freuen. Er kann morgen seinen Geburtstag noch auf der Erde feiern.